UNTERTITELUNG Wir wissen nichts. Wir sind blind. Eine Chance haben wir. Lino Dupré, französisch-karibische Abstammung. Falls er kooperiert. Das wird er. Freeman hält seine Freundin gefangen. Reden wir mal über diese Rakete. Also, an deiner Stelle hätte ich ein bisschen Angst davor. Freeman Alexander hat keine Angst. Er macht Angst. Wir sind Chains. Drei Menschen, Gangster! Er kämpft, oder wir sterben! Sieh! Ich schätze, das Rumgehüpfer auf Hausdächern hat ihm das Hirn vernebelt. Wenn wir was vergessen haben, einen Gedanken, eine Kindheitserinnerung, woher wissen wir, mit wem wir es dann zu tun haben? Was ist passiert? Geht's nicht gut?